Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenlieder Nibelungenlied für das Deutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, in der letzten Folge haben wir vernommen, was die Pläne des Herrn König Gunters sind. Er möchte zu Brünnhild und Siegfried, Dankwart und Herr Hagen werden ihn dabei begleiten. Und in dem jetzigen Abenteuer, in dem siebten Abenteuer, werden wir herausfinden, wie das läuft. Siebtes Abenteuer, wie Gunter Brünnhild gewann. Indessen kam das Schifflein der Königsburg so nah, dass Gunter der Vollsehnen im Port so Zinne sah. Da droben in den Fenstern, er schaute manchem Meid, dass er sie nicht erkannte, das war ihm wahrlich leid. Da fragte er Herrn Siegfried, den Pfadgenossen sein. Sag an, hast du wohl Kunde von diesen Mägdelein, die von den Fenstern schauen, hier nieder auf die Flut? Wie sie auch heißen mögen, sie sind von hohem Mut. Da sprach der kühne Siegfried, nun sollst du heimlich spähen, hinauf zu diesen Mägdelein und sollst mir dann gestehen, Wen du wohl nehmen wolltest, ständ es in deiner Wahl. Das will ich tun, sprach Gunter und schaute noch einmal. Da seh ich eben eine, rief drauf er, droben stehen. Schneeweiß sind die Gewande, die schimmernd sie umwehen. Die wählen meine Augen, so herrlich ist die Meid. Wenn die zum Hype ich hätte, das wäre mir nicht leid. Die rechte hat Akkoren, gleich deiner Augen Strahl. Brünnhüllt ist's, sprach Siegfried, dein künftig Ehegemal. Nach der dein Herzen ringet, dein Mut und all deinen Sinn. Da schaute aufs neue Gunter, auf zu der Königin. Die stolzgemute aber hieß von den Fenstern gehen. Die minigliche Meide, nicht sollten sie da stehen. Zur fremden Augenweide, als Badwald so getan, Da landeten am Ufer das Schiff der Helden an. Nun ihrer Vierer waren, die kamen in das Land, Siegfried der kühne Degen, der führt ein Ross zum Strand, Das sahen hinterm Fenster die Frauen heimlich an, Es ward von Herrn Gunter viel Ehre angetan. Er hielt mit ihm dem Zaume das schöne, geschmückte Ross, Das war ganz stolz und stattlich, die Mähne wallend groß, Er hatte stolche Dienste, gar selten sonst getan, Jetzt zog er auch das Seine strax aus dem Schiff heran. Die beiden Degen hatten in selber Art breit, Dem Schnee gleich Anfarbe, das Ross und auch das Kleid, Und auch die beiden Schilde, die waren gleich zumal, Sie leuchteten und blitzten in lichtem Silberstrahl. Die Sättel reich von Steinen, die vorderriemen schmal, So sprengten hoch zu Rosse, sie vor Brünnhildens Saal, Mit Schwertern wohl geschliffen, mit Sporen scharf und breit, Das alles schaute Brünnhild, die königliche Maid. Mit ihnen kam auch Dankwart und Hagen auch der Held, Die waren gleich wie Raben, zu schauen auf weißem Feld, Von dunkelschwarzer Farbe war ihr gesticktes Kleid, Neu waren ihre Schilde, die Schwerter lang und breit. Von India dem Lande, da trugen sie Gestein, Das warf am Kleid der Helden gar wundersamen Schein, So ritten nach dem Schlosse die Recken von der Flut, Sie ließen an dem Strande das Schifflein ohne Hut. Mit sechshundachtzig Türmen stand stolz das Königsschloss, Ein Saal war drin zu schauen, drei Pfalzen weit und groß, Vom edlen Marmalsteine, so grün als wie das Glas, Darin die stolze Fürstin mit ihrem Hofe saß. Die Burg, sie ward erschlossen und aufgetan das Tor, Und aus dem Tore traten Brüthildens Mannen vor, Sie boten Gruß den Helden in ihrem Frauenland, Die Rossen nahm die Schilde, man ihnen aus der Hand. Und von den Kämmerern einer gebot auch euer Schwert, Gebt her und eure Brünnen, das wird euch nicht gewährt, Rief Hagen davon Tronje, wir tragen selber die, Da sagte ihm Herrn Siegfried die Hofsitte hie, In dieser Burg ist Sitte, und die wird stets gepflegt, Dass keiner von den Gästen jemalen Waffen trägt. Drum folget dem Gebote, denn das ist wohl getan, Und gern tat es Hagen des Königs Gunters Mann. Jetzt sprach Brünnhild im Saale zu ihrem Hofgesinnt, Ihr sollt mich hören lassen, wer diese Recken sind, Die in dem Burghof drunten so hoch und herrlich stehen, Und auch um wessen Willen die Fahrt zu uns geschehen. Da sprach der Degen einer, ich muss es euch gestehen, Wir haben ihrer keiner jemalen noch gesehen, Doch einer ist darunter, dem starken Siegfried gleich, Den mögt ihr wohl empfangen, das rat ich Herren euch. Auf Sprangbrünnhild die Stolze, nun bringt mir mein Gewand, Und ist der König Siegfried gekommen in das Land, Um meiner Mille willen, so geht's ihm an den Leib, Ich fürcht nicht so den Starken, das Truppig wird sein Weib. In herrlichem Gewande stand bald die Königin, Es schritt an ihrer Seite manch schmuckes Mäldlein hin, Und mit den Frauen gingen die Schwerter in der Hand, Fünfhundert kühne Degen vom reichen Isenland. Als nun die stolze Fürstin die fremden Gäste sah, Begrüßte sie Herrn Siegfried und sprach entzüchtend da, Willkommen, seid Herr Siegfried, all hier in meinem Land, Was soll's mit eurer Reise, das gebet mir bekannt. Ich muss euch höchlich danken, Frau Königin Brünnhild, Dass mich gut zu grüßen die Fürstentochter mild, Von diesem kühnen Recken, der hier ja vor mir steht, Denn dieser ist, sprach Siegfried, der Herr, wie ihr wohl seht. Er ist geheißen Gunther, vom Rhein ein König her, Er wirbt um eure Männe, nicht mehr ist sein Begehr, Die Fahrt hierher gebot mir, der Recke wohl getan, Wenn er mein Herr nicht wäre, mich hätt es nicht getan. Ist er, sprach sie, der Herr, so wißt es du, sein Mann, Wenn mich in all den Spielen Herr Gunther meistern kann, Die ich ihm weisen werde, so werde ich sein Weib, Gewinn ich aber eines, euch viel geht's an den Leib. Da frug von Tronje Hagen, sagt uns, ich bitte euch sehr, Was habt ihr denn für Spiele, sind sie denn gar so schwer, Wenn sie mein Herr nicht könnte, das müsste übel sein, Er traut sich zu erwerben, solch schönes Mägdelein. Stein soll er mit mir werfen, und springen auch danach, Den Wurf sperr mit mir schießen, drum tut nun sein Gemach, Ihr könntet sonst verlieren, die Ehre und den Leib, Das mögt ihr wohl bedenken, so sprach das stolze Weib. Da ging Siegfried der Schnelle zu König Gunther hin und flüsterte, Sprech kühnlich, nur mit der Königin, Ganz wie du magst, in Ängsten brauchst du, Drup, nicht zu sein, Mit starkem Zauber schütze ich dich, teurer Bruder mein. Da sprach der König Gunther, O Herren, hoch und her, gebetet, was ihr wollet, Und wärt's noch zehnmal mehr, Um eurer Schönheit willen will alles ich bestehen, Und muss mein Haupt verlieren, ich trupp, so mag's geschehen. Als so die Königinne vernahm das Heldenwort, Gebot sie das die Spiele, an Hüben also fort, Sie hieß zum Streite bringen, ihr Rüstzeug und Gewand, Das Panzerhemd von Golde und festem Schildesrand. Kein Waffenhemd von Seide zog drüber, Herr die Maid, Das konnte kein Gewaffen verletzen ihr im Streit, Von Libya dem Fernen, es war gar hellen Schein, Der Glanz gewirkt im Borten und mancher edle Stein. Derweilen war auch Siegfried, der listenreiche Mann, Zum Schiff hinabgegangen, ehe jemans drüber sann, Wo drunter'm Deck verborgen die Zauberkappe war, In diese schlüpfte er Eilends und war nun unsichtbar. Und Eilends kehrt er wieder, da fand er Recken viel, Brünnhilde wollt beginnen, das hohe Kampfesspiel, Da schritt er leist durch alle, und dass ein Einer sah, Von seiner Zauberkappe das Wunder so geschah. Es war ein Kreis gezogen, in diesen sollt geschehen, Das Spiel von kühnen Recken, damit sie alle sehen, Wer von den beiden Kämpen den Preis im Spiel gewann, Es stunden da in Waffen wohl siebenhundert Mann. Brünnhildens Ingesinde, das trug herbei zur Hand, Aus Gold und Erz geschmiedet, manch guten Schildesrand, Mit hartem Stahlbeschlage, gewaltig groß und breit, War der, den zu den Kampspiel erkorr die Königsmaid. Ihn schleppten ihrer Viere, sie hatten Müh genug, Doch sie an starker Borte den schweren Mühlus trug, Es strahlten edle Steine von ihm wie Gras so grün, Lauf rief nach ihrem Speere die hohe Königin. Da brachten sie der Frau, gar mächtig schwer und groß, Den Wurfsperr, den vier Schafen, mit dem sie altzollt schoß. An seinen beiden Seiten, da schnitt gar Grimm der Stahl, Der breite Ungefüge, drei schleppten ihn zumal. Als nun der starke Hagen Brünnhildens Waffen sah, Mit großem Missbehagen der Tronja sprach, Alter, was nun, o König Gunther, heut geht's uns an den Leib, Die Ehe begehrt zum Minne, die ist des Teufels Weib. Herr Gunther stand in Sorgen, war mag wohl solches sein, Der Teufel selbst der Hölle, der könnt hier nicht gedeihen, Wär ich nur wohlbehalten, zu Hause in Burgund, Brünnhild dürft meiner Minne noch haaren manche Stund. Da sprach der Bruder Hagens, dankwart der kühne Mann, Mich reue diese Hofwart, soviel mich's reuen kann, Soll uns in diesem Lande, verderben nun ein Weib, Dass wir ob ihr verlieren, das Leben und den Leib. Wir möchten Ungefangen, wohlkommen aus dem Land, Sprach drauf der starke Hagen, wer uns nur noch zur Hand, Die wir zu Wehr bedürfen, die Speer und Schwerter gut, So sollte sich schon legen, der Fraue Übermut. Brünnhild vernahm die Stolze, gar wohl des Tronjas Wort, Komm über Axel schaute sie nach dem Degen dort, Und spöttisch lächelnd sprach sie, bringt Schnelle doch zur Hand, Die kühn gemuten Helden, das Rüstzeug und Gewand. Mich kümmert es so wenig, ob sie in Waffen stehen, Als ob sie bloß da ständen, noch nie ist mir's geschehen, Dass einen Mann ich kannte, vor dem ich Furcht empfand, Ich denk auch zu bestehen, gehen diese Gäste Hand. Als sie die Schwerter hatten, sowie die Meid gebot, Da ward der kühne Dankwort von großer Freude rot, Nun spielet, was ihr wollet, so sprach der Recke wert, Gunther ist ungezwungen, wir haben unser Schwert. Brünnhildens Stärke mochte wohl übermächtig sein, Man trug jetzt zu dem Ringe manch ungefügen Stein, Gar schwer und groß und mächtig, es brachten Zwölfe kaum, Von ihrer starken Gegend herein ihn in den Raum. An ihren weißen Armen die Ärmel auf sie wand, Den Schild nahm sie den Schweren zum Streite an die Hand, Sie schwang hoch in die Lüfte zum Wurf den breiten Speer, Den heimatlosen Gästen war droppt das Herz so schwer, Und wer nicht helfend Siegfried dem König genaht, Wär teuer ihm gewesen, all hier ein guter Rat, Der nahte sich verstohlen und rührte ihm die Hand, Doch Gunther sah dem Freund nicht in Alberichs Gewand. Wer hat mich denn berührt, so dachte der kühne Mann, Als plötzlich eine Stimme ganz nah bei ihm begann, Ich bin es, König Gunther, Siegfried, der Freund ist hier, Drum mache, ob Brünnhildens, du keine Sorge dir, Gib nur aus deinen Händen den Schild in meine Still Und merke wohl die Worte, die ich dir sagen will, Du habe die Gebärde, ich will den Kampf bestehen, Du Sodor, wird kein Leid dir, das glaube mir geschehen. Jetzt schoss Brünnhild die Starke mit wilder Heldenkraft, Nach Gunthers neuem Schilde den Ungefügen schafft, Doch trug den Schild in Händen der Spross von Siegel lind, Das Feuer sprang vom Stahle, als wehte es der Wind. Des starken Speeres Schneide drang durch den Schildes Rand, Das aus dem Panzerringen es brach wie Feuerbrand, Sie strauchelten all beide und kamen schwer in Not, Wer nicht der Zauberkappe, sie legen sicher tot. Siegfried, dem starken Helden, vom Munde brach das Blut, Doch sprang empor bald wieder der Degen kühn und gut, Den Sperr, den sie geschossen, ihm durch den Schildes Rand, Den warf auf sie hier wieder des starken Siegfrieds Hand. Umkehrte er die Schneide, es wär ihm wahrlich leid, Er schoss er bei dem Spiele die Heldenkühne meid, Und schoss er mit dem Schafte so kräftig aufs Gewand, Das weit umbrings erschallte der Wurf aus seiner Hand. Als triebe sie der Sturmwind, die Feuerfunken flohen, Vom Speer den Geschossenen des Königs Sigmunds Sohn, Sie konnte trotz ihrer Stärke den Schuss nicht widerstehen, Das wär von König Gunther wohl nimmer mehr geschehen. Sie fiel, doch auf vom Boden, die starke Alsbald sprang, Herr Gunther, edler Ritter, des Schusses habe Dank, Sie wehnte, Gunther hätt es mit seinem Schaft getan, Nicht er war's, nein, sie fehlte, hier ein viel stärkerer Mann. Da schritt sie hin gewaltig, die Maid von Fürstenblut, Hoch in den Händen schwankt sie, den Steinen mit grimmen Mut, Sie warf mit hohen Kräften ihn weit hinaus ins Land, Dann sprang sie nach dem Wurfe, laut Halte ihr Gewand. Der Stein, der war gefallen, zwölf volle Cluster weit, Doch weiter als den Feldstein sprang noch die Königsmaid, Mit Staunen sah es Siegfried, zum Steine ging der Held, Herr Gunther hob den Schweren, doch er warf ihn ins Feld. Herr Siegfried war der Kühne, gar stark von Wuchs und Lang, Den Stein, den warf er ferner, und weiter noch er sprang, Als bründelt und daneben hat er noch Kraft genug, Dass er dabei im Sprunge den Königs Gunther trug. Der Sprung, der war ergangen, der Stein lag weit im Feld, Doch niemand stand bei Steine, als Gunther nur der Held, Gewendet hatte Siegfried von Gunther Not und Tod, Brünnhilde minnigliche, die ward vom Zorne rot. Als an des Kreises Ende den Helden sie ersehen, Lies sie an ihre Degen sogleich das Wort ergehen, Ihr Magen und ihr Mannen, auf, kommet all heran, Ihr seid dem König Gunther jetzt so zu untertan. Da legte strax die Degen die Waffen aus der Hand, Sie neigten sich zu Füßen dem von Brübenden Land, Dem reichen König Gunther in treuen Mann für Mann, Sie wehnte ja, er hätt es mit seiner Kraft getan. Mit minniglichem Große trat zu ihr Herr im Feld, Herr Gunther ihre Rechte empfing jetzt so der Held, Ihr habt nun die Krone, sprach sie, die ich hier trug, Das freute sich von Herzen der Degen Kühnung gut. Siegfried indessen Schnelle, er war wohl schlau genug, Die Kappe zu dem Schiffe ans Meer herniedertrug, Dann ging er nach dem Saale, drin schon die Herren saß, Und sagte zu dem König, ganz glücklich tat er das, Was zögert ihr, Herr König, was säumt ihr mit dem Spiel? Es hat euch zugewiesen, Brünnhild, die Arbeit fiel, Nun lasst uns bald erschauen, wie es damit bestellt, Als wüsste er nichts von allem, der Baer sich der Held. Da sprach Brünnhild verwundert, wie konnte das geschehen, Dass ihr nicht unsere Spiele, Herr Siegfried, auch gesehen, In denen Sieg errungen, des Königs Gunthers Hand, Die Antwort gab ihm Hagen aus dem Burgunden Land. Er sprach, es war beim Schiffe, Siegfried der Degen gut, Als ihr mit Gunther ranget in eurem hohen Mut, Und euch der starke König die Spiele abgewann, Drum hat er keine Kunde, so log der schlaue Mann. Wohl mir ob diese Meere, es deucht mir recht und gut, Rief Siegfried, das Erlegen, Brünnhildens stolzer Mut, Dass einer lebt der Meister, auch über euch kann sein, Nun sollt ihr, schöne Herren, uns folgen an den Rhein. Da sprach die Wohlgetane, das mag noch nicht geschehen, Erst frag ich meine Magen und die in meinem Lehn, Ich will so leichte Nimmer vorziehen aus meinem Land, Die besten meiner Freunde, die werden erst Bestand. Da ritten ihre Boten, und bald ward man gewahr, Die Freunde Frau Brünnhildens, sie kamen Schar um Schar, Nun sieh da, Mutter Hagen, was haben wir getan? Wir werden von den Degen noch üblen Schaden haaren, Wenn alle diese Starken herziehen in das Land. Der Wille Frau Brünnhildens, der ist uns nicht bekannt, Wer weiß es denn, wie lange sie uns noch heut verbleibt, Verloren sind wir alle, wenn sie so es weiter treibt. Da sprach der starke Siegfried, das lass ich nicht geschehen, Ich will euch Hilfe schaffen und gleich von hinnen gehen, Bald bin ich wieder bei euch mit mehr als tausend Mann, Der allerbesten Degen, die ich mir einst gewann. So bleibt nur nicht zu lange, sprach Gunther sorgenvoll, Ich weiß nicht bis zu ferne, wie's bei uns werden soll, Er sprach, ich komme wieder, gewiss in kurzer Zeit, Ihr habt mich versendet, sagt ihr da, Königsmaid. Ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen. Kleine Zusammenfassung. Ja, die vier sind an Land gegangen und Brünnhild ging erstmal davon aus, dass Siegfried ihre Minne erwerben möchte, Hat dann aber erfahren, dass Siegfried sagt, Okay, ich bin nur ein Mann von Gunther, Obwohl ja Siegfried eigentlich selbst König ist. Also Siegfried ist eigentlich Gunther gleichgestellt, Es sind beides Könige. Und dennoch sagt er, er wäre ein Untertane von Gunther. So, und deswegen, er sagt ja, Gunther macht das. Und Gunther, durch Hilfe von Siegfried, schafft die drei Spiele. Und ja, so haben sie jetzt die gute Brünnhild ausgetrickst. Nur, jetzt haben sie ein bisschen Angst und wissen nicht genau, was Brünnhild vorhat, da sie jetzt plötzlich ihre ganzen Bekanntschaften und die Familie zu sich herholt, damit die Kunde haben, was gerade eben geschehen ist. Und Hagen und seine Freunde und Gunther, die kriegen ein bisschen Bammel, dass sie womöglich von der Familie, naja, dazu gedrängt werden, aufgrund der Übermacht an Leute, dass sie trotzdem wahrscheinlich bleiben in Island oder in Isenstein, statt zum Rhein zu gehen. Darum sieht jetzt der Siegfried aus und holt jetzt ein paar tausend Mann von woanders her, um zu zeigen, das ist das Herr von Gunther, damit die gar nicht auf dumme Gedanken kommen. Gut, dann war es das bis heute, für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.